Hey Leute, heute mal mein erster Vlog. Ja, ich fahr heute mal mit die lieben Steffi zu einem Freund von meiner Mutter. Ja, und wir fangen gerade bei unserem neuen Auto. Total geil, diese Aussicht, wie sie hier aussieht, wenn man mal fährt. Ja, und ich muss mich hier anschnallen. Total unfair. Man kann den Sitz hier, kann man halt auch hinten machen. Das heißt, kann man auch. Sieben Sitze hier, Plätze. Hier ein Platz, hier ein Platz, hier ein Platz, hier ein Platz. Und hier auch noch ein Platz. Viele Plätze. Und hier hinten der Bagage, der Kofferraum. Also, he he he. Äh. Man kann das ja wegmachen auch. Cool. We are monsters, we are proud. Und ich mach, ich mach die Tür auf. Geil, ey. Du kannst es nach hinten machen, damit es Platz macht, damit es stehen bleibt. Okay. Noch wichtiger. Jawohl. Ja, ich hab's geschafft. Komm raus, meine liebe Schwesterchen. Steffi, komm raus. Okay, jetzt muss ich es erst wieder zumachen. Ja. Ja. Ja, hab's geschafft. Ja. Ich schaffe das gerade gar nicht. Leute, das finde ich an unserem neuen Auto echt geil. Und, ja. Übrigens, ich und meine Mutter und meine Schwester, wir haben uns ein Auto neu genommen. Ja, jetzt müssen wir klingen, weil wir angekommen sind. Es sieht geil aus. Danke, dass du mir die Tür aufhältst. Juhu. Jetzt sind wir endlich angekommen. Und jetzt gehen wir auch schon weg. Oho. Ich hab das voll geknallt. Okay. Okay, Leute. Jetzt sind wir angekommen. Wir sind hier in diese kleine Wohnung. Boah, der hat so eine kleine Wohnung. Und vor allem sexuell. Ja. Okay, Leute. Jetzt gehen wir wieder ins Auto. Wieder anschnallen. Wieso? Wieso muss man sich unbedingt anschnallen, ey? Hast du schon? Ja. Ja, gut. Die andere Dame noch nett. Man kann hier so nach hinten gehen. Man kann sich hier hinlegen. Gemütlich. Ja, mach ich auch nicht. Aber hinteren, wo du so gerade bist, ist Valeria. Oh, ja. Legen und dann ist das Bett. Oh, geil. Das ist dein Bett. Barfuß so. Und da kann ich dann meine zwei Handys reinmachen. Mach mal bitte Platz. Hier auch. So. Zu Hause. Okay, Leute. Okay, Leute. Ich und die Steffi. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Und ja, was ich euch jetzt zeigen wollte. Die Steffi war gestern, vorgestern in Holland. Und da hat sie halt so Haribo Milchbeeren gekauft. Die sind sehr lecker. Sehr lecker. Ich nehme mal einen raus. Da kommt ja gar nichts raus. Okay, jetzt. Das sieht so aus. Wisst ihr, was ich daran lecker finde? Hier ist so was, so ein weißer Ansatz oder wie auch immer das heißt. Die finde ich echt lecker. Ich durfte leider nicht in Holland. Ich war schon letztens. Haha. Okay, Leute. Ich gehe jetzt nach unten. Und ja, ich und die Steffi. Wir gehen wieder zum Auto. Keine Ahnung, wieso aber der Auto ist neu. Und er möchte mal den Auto halt öfter sehen. Und ja. Ja, hey, Leute. Jetzt gehe ich nach Hause. Wie ihr das auch schon sehen könnt. Juhu. Wieder angekommen. Jetzt muss ich erstmal die Schlüssel meiner Mutter erstmal wiedergeben. Jo. Oh, halt. Oh, ist das kalt. Okay, Leute. Jetzt bin ich angekommen. Also, ich bin wieder zu Hause. Ähm, ja. Ähm. Jetzt noch eine kleine Info. Und zwar, morgen werde ich einen Vlog machen. Weil ich und die Steffi fahren in... Und die Steffi und ich und meine Mutter natürlich. Ähm. Wir fahren zu Kassel. Und ja. Dann habe ich eine kleine Überraschung für euch. Also, es ist noch ganz geheim. Also, es ist noch ganz geheim. Also, eigentlich ist es nicht so wichtig. Und ja. Und ja. Das war's eigentlich schon mit meinem Vlog. Weil ich habe nicht so viel Zeit für meinen Vlog. Und ja, deshalb. Also, ähm. Bis zum nächsten Video. Und wenn ihr noch mehr Vlogs oder Vlogs sehen wollt, dann zeigst du es einfach mit einem Daumen hoch. Und ja. In die Infobox verlinke ich euch Steffis Video. Also, Steffis, ähm, Vlog. Und ja. Bis zum nächsten Video. Bye.